Die neue Behindertenbeauftragte der Stadt Magdeburg, Tanja Pasewald, hat ihre Arbeit aufgenommen. Seit dem 1. Oktober ist sie Ansprechpartnerin für Menschen mit Beeinträchtigungen, ihre Angehörigen sowie für Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen im Behindertenbereich. Zudem unterstützt und berät Tanja Pasewald die Stadtverwaltung in allen Fragen, die die Belange und Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen betreffen. Als Behindertenbeauftragte vertritt sie deren Interessen gegenüber den politischen Gremien, wie dem Stadtrat, seinen Ausschüssen und den Stadtratsfraktionen. Im Zuge eines anspruchsvollen Auswahlverfahrens setzte sich Tanja Pasewald gegen elf weitere formal geeignete Mitbewerber durch. Sie engagiert sich seit Jahren sowohl ehrenamtlich als auch beruflich für die Interessen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Persönlich weiß Tanja Pasewald genau, was ermöglichte und gelebte Inklusion für Menschen mit Beeinträchtigungen bedeutet. Die Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit, Simone Borges, begrüßt die Besetzung dieser Stelle mit Tanja Pasewald als sachkompetente Person nach dem Ausscheiden des vormaligen Behindertenbeauftragten Hans-Peter Püschner. Die neue Behindertenbeauftragte möchte an die gute Arbeit ihres Vorgängers anknüpfen und die Inklusion in Magdeburg weiter voranbringen. Mein größtes Ziel ist es, die Barrieren in den Köpfen unserer Gesellschaft abzubauen, so Tanja Pasewald.